Wir sind zurück in Piggy, in dem Spiel, wo wir von diesem Schwein hier abhauen müssen und versuchen aus einem Escape Room rauszukommen. Ihr kennt das Ganze im Prinzip ja alle schon. Und heute gucken wir uns einfach mal einige coole neue Sachen an, die es ja so gibt. Es gibt ja jetzt das neue Level, das ist ja Chapter 11, also Kapitel 11, in dem ganzen Spiel, wo wir im Militärlager sind. Wenn ihr auf jeden Fall mehr von Piggy sehen wollt, dann lasst ein kostenloses Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst und lasst auf diesem Video einen Daumen nach oben da, damit ich weiß, dass ihr mehr von Piggy sehen wollt. Und ja, gut. Ich bin schon etwas angespannt. So, oh, da liegt der blaue Kiep. Und der Angry Bird hat es freigeschaltet. Und, 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 jawohl. Und was liegt da? Da liegt gar nichts. Wow. Das gibt eine Anzeige. Wirklich gar nichts. Nichts. Hä? What? Warum liegt da? Da liegt nichts. Nichts. Was liegt da unten? Da unten? Oh mein Gott. Als wenn es da unten liegt. Nein. 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 Oh mein Gott. Richtig outplayt die Piggy. Let's go. So und nicht anders. Den brauchen wir für hier. Zack. So und dann muss hier. Ja, genau. Da liegt der rote. Okay. Dann gibt das ja alles Sinn. Aha. Jetzt müssen wir gucken. Wo ist das Vieh? Okay. Es ist nicht bei mir. Und dann gucken. Nee. Das ist natürlich. Oh. Ein gelber Schlüssel. Okay. Ich glaube sogar, der ist schon für den Feuerlöscher. Und Piggy ist gone. For 20 seconds. Okay. Nice. Feuerlöscher. Ja, okay. Dann hat sich das ganze Level ja schon durchgespielt im Prinzip. Äh. Jetzt müssen wir eigentlich im Prinzip nur noch hier entlang. Hier hoch. Und da unten läuft dieses Angry Bird wieder. Wir brauchen den Feuerlöscher nochmal. Nein. Nein. Dann müssen wir erst das machen, ne? Dann machen wir erst das. So. Dann hier entlang. Ich finde es echt schlimm, wie langsam man läuft in diesem Spiel. Wofür brauchen wir grün? Wofür brauchen wir denn bitte den grünen Schlüssel? Hat er den? Hat er den letzten Schlüssel? Hast du? Hat er das Benzin? Ja, er hat das Benzin. Das Benzin. Ja, genau. Das Benzin. Na. Nächstes Mal wieder geschafft. Ich glaube nicht. Und lass mich ran. Lass mich rein. Nein, 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 nein. Ah, schade. Ja. Das war's eigentlich. Ich frage mich immer noch, was passiert, wenn wir in so ein Vieh oder in das andere Vieh reinlaufen. Ich weiß es nicht. Mach's mal noch. Okay. Weil wir das Level ja eh schon durchgespielt haben. Hä? Wo ist das Schwein? Wo ist das? Hä? Hä? Nein, jetzt ist es das Vieh. Ich glaub's ja nicht. Ich was... Hä? Seit wann kann man denn in die reinlaufen? Hä? Man kann in die Dinger... Da passiert ja gar nichts. Egal. Ich wurde weggefeuert. Genau. Okay. Gut. Hallo. Diagnostik. Tschüss. Diagnostik. Drzyma. Tschüss. D I N N Cent. D D I N N. D D D C. D 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 D. D E D D D D D D D IN D D D D D Bis zum nächsten Mal.